He-Man und Masters of the Universe! Ich bin Adam, Prinz von Eternia und Verteidiger der Geheimnisse von Schloss Greyskull. Dies ist Gringer, mein furchtloser Freund. Wunderbare Geheimkräfte erschlossen sich mir, als ich eines Tages mein Zauberschwert ausstreckte und sagte, Bei der Macht von Greyskull! Ich habe die Kraft! Prinz wurde zur mächtigen Battlecad und ich wurde He-Man, der mächtigste Mann des Universums. Nur drei andere kennen das Geheimnis. Die Freunde Sorceress, Man-at-Arms und Orko. Gemeinsam verteidigen wir die Geheimnisse von Schloss Greyskull vor den bösen Mächten von Skeletor. Wir sollten zum Frühstück im Palast zurück sein, Adam. Ist auch gut so. Ich bin so hungrig, dass mein Magen knurrt. So sehr knurrt er nun auch nicht. Der Windreiter verliert an Kraft. Haben wir keinen Treibstoff mehr? Doch, wir haben noch genug. Wir verlieren einfach Kraft. Und die Turbinen sind ausgefallen. Wir stürzen! Ich kümmere mich lieber als He-Man darum. Bei der Macht von Greyskull! Ich habe die Kraft! Halt dich fest, Man-at-Arms! Man-at-Arms, lass das Kabel vom Windreiter fallen! Ja, so geht es! Der Windreiter fühlt sich an, als ob er eine Tonne wiegen würde! Ha! Andererseits, er wiegt ja wirklich eine Tonne! Gut gehandelt, He-Man! Den Ankerhaken zu benutzen, um unseren Fall zu verlangsamen! Bist du in Ordnung? Vielleicht bin ich außer Übung! Es hat meine ganze Kraft gekostet, den Windreiter aufzufangen! Mit deiner Kraft war es doch sicher leicht! Ich weiß, es ist nicht zu begreifen und auch nicht der Ausfall der Windreiter-Turbinen! Was hat das wohl verursacht? Am besten, wir nehmen ihn zum Palast zurück und nehmen ihn dort auseinander! E-Man! Dieser Baum! Heute Morgen war er noch gesund, als wir weggefahren sind! Und jetzt ist er vollkommen verdorrt! Er fällt ja direkt aufs Rathaus! Und in dem Gebäude sind viele Menschen! Gute Arbeit, He-Man! Wie steht's mit deiner Kraft? Ich fühle mich schwächer denn je! Wir werden nachsehen, was mit dem Windreiter los ist! Ich glaube, du wirst keine Störung an ihm finden! Irgendetwas sehr Merkwürdiges muss hier vorgehen! Puh, das Ding wird immer schwerer! Vielleicht sollte ich wie der Prinz Adam werden! Nein, nein! Wenn hier wirklich etwas verkehrt läuft, könnten wir deine Kräfte sicher gebrauchen! Hey! Minute Arms, hast du ein Mittel gegen verpuffte Magie? Ich glaube, es gibt kein bekanntes Mittel gegen deine Magie, Orko! Nein, ich meine es ehrlich! Ich bin so schwach und ich kann nichts in Gang kriegen! Seht mal! Magische Kräfte, Heflitzek, mach doch dieses Glas hier weg! Seht ihr, was ich meine? Das hat meine ganze Kraft gekostet! Und hat absolut nichts bewirkt! Und das passiert nicht nur mir, sondern allen anderen im Palast auch! Wir sollten den Windreiter untersuchen! Hast du etwas gefunden? Er arbeitet perfekt! Der Treibstoff ist in Ordnung, aber die Turbinen wollen nicht anspringen! Und ich werde immer schwächer! Oh, alle werden immer schwächer! Bäume verdorren, Turbinen laufen nicht! Das begreife ich nicht! Welches Element fehlt uns denn? Ich hab's! Warum entzündet sich das Gas nicht? Dafür gibt es nur eine Antwort! Man benötigt zwei Dinge, um ein Feuer zu zünden! Treibstoff, wie zum Beispiel Gas, und Sauerstoff! Ohne Sauerstoff brennt kein Treibstoff! Irgendwie wird der Sauerstoffgehalt in der Luft von Eternia geringer! Ich verstehe das, Men at Arms, aber warum sollte das uns schwächen? Weil menschliche Wesen auch Sauerstoff brauchen! Genauso wie Maschinen! Wir brauchen ihn zum Atmen! Und wie kann so etwas passieren? Wenn du es nicht weißt, dann gibt es nur noch eine Person in Gansy Tönia, die es wissen könnte! Die Sorceress! Ich muss sie sofort aufsuchen! Schade, dass ich kein Fahrzeug nehmen konnte! Leider ist keines fahrbereit! Und ich bin beinahe zu schwach, um zu laufen! Alle Bäume im Evergreen-Wald scheinen zu verdorren! Ich beeil mich lieber! Diese Anstrengung macht mich mit jedem Schritt schwächer! Aber ich muss es bis Greyskull schaffen! Ich muss nach Greyskull! Greyskull, aber... Was zum Teufel? Die Maulbrücke! Weit offen! Das Schloss ungeschützt! He-Man! Ich hätte schon nach dir geschickt, aber ich konnte nicht! Meine Kräfte wurden jede Minute schwächer! Men at Arms sagt, der Sauerstoffgehalt in Eternias Luft verringert sich! Das ist es, was uns alle schwächt! Weißt du, wodurch das verursacht wird? Vielleicht! Hast du irgendetwas Seltsames auf dem Weg hierher bemerkt? Ja, der Evergreen-Wald verdorrt! Oh, dann habe ich vielleicht die Antwort! Tief im Herzen der mystischen Berge liegt der See der Ewigkeit! Er füllt einen Fluss, der den Kletterpflanzen-Dschungel und den Evergreen-Wald versorgt mit Wasser! Diese beiden großen Kräfte ihrerseits versorgen Eternias Luft mit Sauerstoff! Warte mal! Wie können Pflanzen Sauerstoff erzeugen? Wie du weißt, atmen alle Tiere Sauerstoff ein und Kohlendioxid aus! Ja! Nun, alle Pflanzen nehmen Kohlendioxid auf und geben Sauerstoff ab! Darum brauchen Pflanzen und Tiere einander, um zu überleben! Irgendjemand muss die Wasserversorgung für den Wald an der Quelle am See der Ewigkeit abgeschnitten haben! Du musst da hin und die Dinge wieder ins Lot bringen! Der ganze Planet ist in höchster Gefahr! Das ist das, was sie mir erzählt hat! Ich bin sicher sehr drecht! Aber wie komme ich zum See der Ewigkeit? Ich musste ja beinahe zum Palast von Schloss Greyskull kriechen! Ich hab da eine Idee! Hier! Atme das ein! Ich fühl mich besser! Meine Kräfte kommen zurück! Man and Arms, was ist das? Ein neues Unterwasser-Atmungsgerät, an dem ich arbeite! Das einzige, was ich gemacht habe! Davon musst du mehr machen und sie den anderen Menschen geben! Wie denn? Wir haben nicht genug Sauerstoff dafür! Du bist unsere einzige Hoffnung! Nimm den Sauerstoff und geh in die mystischen Berge! Irgendjemand muss die Wasserversorgung des Waldes abgeschnitten haben! Und ich wette, derjenige ist Skeletor! Da der Rest von uns geschwächt ist, könnte er den ganzen Planeten ohne Widerstand übernehmen! Aber hiermit hat er nicht gerechnet! Eine Warnung, Keyman! Bewache diesen Kanister vor allem anderen! Ohne ihn wirst du Skeletor gegenüber machtlos sein! Sei sparsam damit, als wäre es Wasser in der Wüste! Wenn der Sauerstoff in dem Kanister verbraucht ist, gibt es keinen Nachschub! Ich verstehe! Geh jetzt! Ganz Eternia rechnet mit dir! Die mystischen Berge! Vielleicht führt mich dieser Tunnel zum See der Ewigkeit! Na, welchen Weg soll ich nehmen? Ich hab das dumpfe Gefühl, dass ich mich verlaufen hab! Ein Eindringling! Ich weiß nicht, was du hier willst! Aber weiter als bis hierher gehst du nicht! Wer ist der fremde Eindringling? Wie hässlich er aussieht! Er hat keine Schale, abscheulich! Wir dachten, dass er was mit der Katastrophe zu tun hat, die unseren Bienenstock bedroht hat! Welche Katastrophe meinst du denn? Unsere Rasse brütet nur alle 50 Jahre neue Eier aus! Und jetzt ist es Zeit, für die Brut auszuschlüpfen! Aber unsere Eier glühen nicht, wie sie sollten! Es scheint, als ob alles Leben herausgezogen wäre! Wenn sie nicht ausgebrütet werden, ist unsere Rasse verdammt! Komm, fremder Zauberer, heraus damit! Welche Art von Zauber hast du über uns gesprochen? Ich bin kein Zauberer! Ich heiße He-Man! Ich bin unterwegs, um die Gefahr abzuwenden, die euren Bienenstock bedroht und den ganzen Planeten! Lügen! Der Hässliche versucht uns zu betrügen! Wir Menschen leiden genauso wie ihr! Und warum sollten wir den Worten eines so grässlichen wie dir glauben? Nein, Charmin! Lass uns diesen Fremden nicht nach seinem Aussehen beurteilen! Wir sehen für ihn sicher auch fremd aus! Ich bin Garf! Was hast du vor? Ich muss den See der Ewigkeit finden! Ich glaube, jemand versucht ihn trocken zu legen und nimmt so den Planeten in Sauerstoff weg! Ich will denjenigen, der das tut, daran hindern! Ich glaube dir! Und werde dir helfen! Nein, Garf! Charmin! Es ist unsere einzige Hoffnung! Ein Zitter! Die Brot der Kasteer! Die Brot der Kasteer! Das müsste die Decke für den Augenblick stützen! Du hast unseren Bienenstock gerettet! Ich wusste, dass ich recht mit dir hatte, Freund! Und du bist treu! Hast dich in Gefahr begeben, um die Brut zu retten! Und nun lass uns zum See der Ewigkeit eilen! Als Freunde! Was für einen Sinn hat es überhaupt für uns Wache zu stehen für Skeletor? Jetzt müssen alle auf dem Planeten zu schwach sein, um sich zu bewegen! Gute Sache, dass wir diesen Kanister mit Sauerstoff haben! Der uns Kraft gibt! Ja! Die Luft hier ist so dünn, dass keiner an uns vorbeikommen könnte! Wir brauchen diese Lähmungsstrahlen kaum noch! Wo wir gerade davon reden! Ich habe das Gefühl, ich könnte etwas Sauerstoff vertragen! Warte mal! Ich dachte, ich hätte etwas gesehen! Mein Monster! Bleib, wo du bist, oder du kriegst was ab! Wenn du nichts dagegen hast! He-Man! Oh nein! Meine Kraft ist weg! Du kannst dich nicht anschleichen! Ich kann überall sehen! Nein! Nein! Keine Kraft mehr! Du wirst keinen Erfolg haben, He-Man! Dein Skeletor wird dich aufhalten! Sie sind zu schwach, um uns noch Schwierigkeiten zu machen! Umso mehr Grund, uns zu beeilen! Stell dir vor, wie schwach die Übrigen auf dem Planeten jetzt sein müssen! Komisch! Diese zwei dachten, ich sei ein Monster! Und für mich sahen sie ganz fremd aus! Man soll sich eben durch Äußerlichkeiten nicht täuschen lassen! Übrigens, dein Freund Shaman dachte auch, ich wäre ganz schön hässlich! Hör mal! Hörst du das? Komm mit! Wasser! Vom See der Ewigkeit wird in diese Grube gepumpt! Wir müssen uns beeilen! Der Fluss, der den Evergreen-Wald versorgt, ist eingedämmt worden! Und der See der Ewigkeit erfasst kein Wasser mehr! Das ist die Antwort! Genau wie ich vermutet habe! Bald wird der See der Ewigkeit vollkommen leer gelaufen sein! Dann ist die Sauerstoffversorgung von Eternia abgeschnitten! Skeletter! Er ist derjenige, der die Eier meines Volkes in Gefahr gebracht hat! Ja, und den Rest des Planeten ebenso! Wir müssen aufpassen, er ist hinterlistig und sehr gefährlich! Ich habe keine Angst, lass uns gehen und ihn aufhalten! Nichts steht meiner Herrschaft über Eternia im Wege! Und endlich auch über Schloss Greyskull! Wieder falsch, Skeletter! He-Man! So, ihr seid an meinen Henkern vorbeigekommen! Macht nichts! In wenigen Minuten werden meine Maschinen den See der Ewigkeit völlig leer gepumpt haben! Dann wird mich nichts mehr aufhalten! Das denkst du! Ist das der einzige Verbündete, mit dem du gegen mich kämpfen willst? Ein hässliches Insekt! Ein kriechender, hässlicher Käfer! Er sieht vielleicht hässlich aus, aber er hat mehr Herz, Mut und Schönheit in sich, als du jemals hoffen könntest zu besitzen, Skeletter! Ah! Genug davon! Du musst deine Kraft auf dieselbe Weise erhalten wie ich! Mein Erdreckter-Beam wird sich darum kümmern! Was? Oh, nein! Ruhig, He-Man! Überanstrenge dich nicht! Es wird dich nur noch schneller schwächen! Hä? Ich bin... schwach! So ist's recht, Team-Man! Knie nieder vor deinem neuen Meister! Wenn ich doch irgendwie diese Pumpe vorstopfen könnte. So ist's, He-Man. Krieche zu mir. Ja, das ist alles, was du von jetzt an tun wirst. Du, Insekt, was machst du da? Der Domkopf, was denkt er sich? Er blockiert die Pumpe. Nur ein augenblicklicher Rückschlag. Der Rückwärtsschalter. Ich muss ihn finden. In ein paar Minuten hab ich das wieder in Ordnung. He-Man, dein hässlicher Freund opfert sich für nichts. Kein Opfer ist sinnlos. Wenn es anderen Menschen hilft, Skeletor. Und deine Selbstsucht wird dein eigener Untergang sein. He-Man, tief atmen. Ich kann fühlen, wie meine Kraft zurückkommt. Du hast mich vielleicht aufgehalten, aber kriegen wirst du mich nie. Garth, bist du's wirklich? Ich bin es, Freund He-Man. Es dauert Stunden, um das Wasser zurückzupumpen. Und da ist immer noch ein Problem. Der Damm. Garth, ich dank dir, mein Freund. Aber sag mir, was hat dich so verwandelt? Ich weiß es nicht genau. Aber ich glaube, in diese Form wird sich mein Volk in den kommenden Jahrhunderten verwandeln. Der See der Ewigkeit ist reich an Sauerstoff. Dein Schwimmen muss den Prozess beschleunigt haben. Vielleicht. Man sagt, sein Wasser habe viele ungewöhnliche Kräfte. Diese Wasser lassen den Evergreen-Wald wieder aufleben. Und dann wird die Tönjas Sauerstoff wieder aufgefüllt werden. Und das bedeutet, dass die Eier meines Volkes ausgebrütet werden. Ich muss zurück zum Bienenstock. Komm, mein Freund. Wir gehen zusammen. Und das Insektenvolk hat versprochen, ihn sie der Ewigkeit von jetzt an zu beschützen. Dann wird das, was heute passierte, nie wieder geschehen. Hallo, ihr Leute. Ich habe meine Magie wieder. Ich bin sicher, dass du sie wieder hast, Orko. Alles ist wieder normal. Ich kann euch sagen. Seht mal. Magische Kräfte, Heavenly Shack, nimm jetzt dieses Glas hier weg. Komisch, letzte Woche klappt es noch perfekt. Ja, alles ist hier jetzt wieder normal. Dank dir, Adam. Dank mir nicht. Dank Garth. Meinem noblen Freund. Heute haben wir Garth kennengelernt, der für manche Leute wie ein Monster aussah. Aber Garth war kein Monster. Er war eine gute Person mit einer noblen Seele. Und am Ende zeigte sich seine Schönheit. Richtige Schönheit kommt von innen. Darum können die hässlichsten Menschen oft die schönsten sein. Und Menschen, die schön aussehen, handeln oft sehr hässlich. Gut auszusehen ist in Ordnung. Aber von innen schön zu sein, das ist das Beste. Untertitelung des ZDF für funk, 2017